Viel Spaß mit dem Europax Adventskalender. Heute ist der 14. Dezember. Schön, dass Sie sich für die Ergebnisse aus unserer Nikolaus-Forschung interessieren. Dieser Nikolaus ist depressiv, weil ich ihn jetzt in einen dunklen Keller stecken muss, wo er ein weiteres Jahr in panischer Angst vor auslaufenden Batterien verbringen wird. In unserer Show zeigten wir Ihnen, wie sich ein Nikolaus das Leben nahm. Traurigerweise ist er nicht der Einzige. Von einem schrecklichen Instinkt getrieben, stürzte sich den Freitod. In einer Gruppentherapie kann ich den einen oder anderen retten. Jetzt beruhige dich doch mal, du Kleiner. Leider gelingt mir das längst nicht bei allen. Zu Hunderten rotten sie sich zusammen und stürzen sich auf vielfältigste Art und Weise in den Subizid. Bald ist Weihnachtsabend. Neulich war schon Nikolaus. Zwischendrin ist die Adventszeit und das Jahr ist schon bald aus. Heilige Drei-König. Ostern finde ich schön. 36 Wochen später wird der Christbaum wiederstehen. zero 19 … Alumni ist Assessment zu bekommen. DeputLetz verkligtagent Charge, Verstattletz mit